So, wir sind zurück aus der Werbung und ja, es wird eh grün, aber wir können es schnell auflösen. Also, es stimmt. Wer hätte es gedacht? Ich habe mir natürlich die wunderschöne ManiMatter Version von dir ausgesucht. Oh, okay. Super. Und das machen wir doch jetzt gleich mal. Ja, ist cool. Bist du bereit? Ja, voll. Machen wir doch. Also, es ist alles improvisiert. Musik Uuuuh 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 Aaaaaaaaaa. Es geht heraus, die wurden alle dwecken nie. Es läuft vor das so wenige Zeit. Kein singen, um kein Preis, nicht büte es mehr, weil sie hemmige hei. Ich weiss, das macht einem heiss, verschlagenen Stimm, doch tünkt es manchmal schon, es sei nix so schlimm. Es ist gleich ein Glück, wenn wir es gar nicht wei, dass wir hemmige hei. Saar, ah, oh, 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 oh. Hell! Jaja, ganz geil! Das war wirklich super. Wow!